Achtung! Jungs, Jungs! Jungs, Jungs, Jungs! Also, lass los! Zehn, ne? Also, das Klicke ist schon ins Trocko. Also die Bäume nimmst fast aus. Der erste Schaden haben wir schon. Kuhdreck an der Tasche. Das möchte ich jetzt mal noch nicht als Schaden bezeichnen. Ich hoffe es bleibt das Letzte. Ja es bleibt das Letzte. Jetzt weiss ich natürlich warum du so viele Flugstunden hast auf dem Flieger. Bei dir läuft dauernd Steuerung und du fliegst nicht. Das zählt natürlich. Schlaf mal. Eins, zwei, drei. Schlaf mal. Picken. Juhu, 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 juhu.